Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Röipi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir müssen nach Venmond. Ich habe mich ein bisschen hier in den Häfen, in den Städten so umgeguckt und ich habe nichts gefunden, was man hier so Nebenquests mäßig machen kann. Okay, liegt wahrscheinlich auch da, weil wir nicht die ganze Truppe wieder haben. Ja, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Wir müssen ja Gaius besuchen. Also, dass ich den Venmond in der Armee gegründet habe, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, da haben wir nichts anderes übrig gehalten, machen wir hier weiter. So, wo ist er denn? Wo müssen wir hin? Weil er sich direkt in den Palast hier eingenistet. Oh, ernste Musik. Ein komischer Empfang. Was hat die? Was hat die? Ey! Komm her! Was willst du denn? Wieder neue Kampfmusik. Hat sich irgendwie ein Powerranger-Thema anhört, finde ich. So, und meine. So, und meine. So, und meine. Ich werde nie die ganzen Angriffe auswendig sein. Wiesenkristall? Okay, ich habe wieder Seenkristall gelesen. Egal. Das ist nur meine Fantasie. Halt! All of you! Huh? So, you survived after all. Gaius! Throw him in a cell. These people are with me. Stop it! Let me go! Nein! Gehen ruhig, oder sonst... Alle Olympias werden sterben! Was machen wir, um das zu verdienen? Gillen sagte das gleiche Sache. Wow, Gaius! Wann hast du angefangen, um die Roshagal? Alle in Roshagal versuchten zu Terror und Panik. Nach dem Noctagal. Ich lede sie aus dem Chaos. Wow, das ist ein Trick! Was genau machst du hier in Fenmont? Wir arbeiten mit dem Roshagal, um die Roshagal zu entfernen. Warum? Was willst du jetzt mit dem Roshagal? Exodus wird weg. Aber es ist nicht möglich, dass sie ihre Reaktoren der Welt verabschieden. Ich werde ein Stopp an das. Und du? Was sind deine Pläne? Wir wollen mit Musei sprechen. Warum gehst du mich? Wir haben gehört, dass du sie kämpfst. Also wir haben gedacht, dass du etwas wissen kannst. Dein Roshagal. Wir sind bereit, um zu fahren zu fahren. Gut. Komm zu der Seahaven. Warum? Komm mit mir. Und du kannst deine Chance, um Musei zu sehen. Wir sollten ihn mit ihm sein. Okay. Ja. Dann mal los. Der König von Riesemaxia. Ja. 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 Ich dachte so. Es ist kein Problem. Aber probier, nicht zu langsickei zu fahren. Okay? Wahrscheinlich. Mach einen Mann zu zu nahe und du bist tot, bevor du den Schmack erfahst. Äh, so schlimm war das doch. Schulgeschichten Teil 2. Ja, außer ihr bösen Gwinn und alle sind tot. Äh, zum Medizinischen Hochschule von Tallinn. Was ist passiert? Gehen zurück zu Fenmont, macht mich meine alte Medikamente. Dann warum nicht nachholen? Du wirst nicht gehalten? Nein. Du musst es wirklich lieben, wenn du es so viel liebst. Ich denke, zu einem Doktor zu werden ist wirklich dein Geheimnis. Ja. Ja, ich glaube hier. Ich glaube. Na gut. Will schon richtig sein. Du wirst nicht wirklich die Musik sehen. Sie ist schrecklich. Aber wenn wir alle zusammen bleiben, dann wird es okay. Natürlich. So. Universität von Tallinn. Na gut. Was gibt's denn jetzt zu tun? Hi. Wer bist du? Warte mal. Ist du nicht der Typ, der uns festnehmen wollte? Ganz einfach. Jude. Hey, gute Nachrichten. Du bist jetzt klar. Zwischendurch von Gillan und der Exodis-Situation. Niemand ist mehr interessiert über deine Anforderungen. Wenn alles zerstört wird, sie vielleicht wollen, dass sie ein paar Fragen stellen wollen. Aber es wird kein Problem. Aber es gibt immer noch alle Poster. Ja. Entschuldigung über das. Wir haben noch nicht Zeit, um sie runterzuholen. Na gut. Das ist immer noch gute Nachrichten. Oder, Jude? Ja. Ich wollte dich fragen, Doc. Was ist das? Was war mit dir? Was ist das? Du wirst mich auf dem Pferde. Du sagst Alvin? Er ist... Er ist... Ich wusste, dass es sein muss, Alvin. Du ihn kennst? Du ihn kennst? Nicht persönlich. Aber ich war mit meiner Freundin, die Frau war mit der Frau. Sie war Mink. Mink. Sie ist eine wirkliche Frau. Sie hat eine wirkliche Frau. Sie hat eine Schnauze und sie immer mit einem Buch. Sie kennen sie? Hm? Du sagst Kressa? Nein, vielleicht. Ich bin sicher Mink nicht eine reale Name. Das ist das, was ich wollte mit Alvin sprechen. Sie sehen. Um sicher, dass er eine reale Identität kennt. Was meinst du? Wir haben ein paar Informationen gesagt, dass sie eigentlich ein Spie ist. Eine der Rats. Ah. Was ist das? Sie sind Spie aus einer der Augee Flasen. Ah. Genau. Mink hat Freunde mit vielen Ratschagel-Noblen und Militär-Officer gemacht. Und hat sie für Geheimnisse gemacht. Wenn du siehst, Alvin, könntest du ihm das erzählen? Ich denke, er hat ein Recht. 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 Ich denke, er wollte ihn nicht wissen. Ich denke, wir sollten ihm das erzählen. Ich meine, wenn sogar Alvin es nicht herausfinden könnte, sie hätte das Geheimnis gehalten müssen. Das ist wahr. Wenn du dich so stark daran fühlst, dann können wir ihr Geheimnis behalten. Na gut. Okay, weiter. Zum Seeaffen. Kein Ding. Na. Wer weiß, ob wir irgendwelche anderen... Ach, da ist der Seeaffen, oder? Wer weiß, ob wir noch irgendwelche anderen Quests noch sehen. Aber ich gehe jetzt erst mal weiter. So eine schöne Stadt. Sie nennen es die Spirit-Lit-Seite der Könige. Jetzt verstehe ich endlich die Spirit-Lit-Parte. Ah. Äh. Wo bist du? Oh nein. Wengi. 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 Ich verstehe mich während der Krieg? Vielleicht hat er versucht, um zu verabschieden für seine Vergangenheit zu machen. Aber er hat sich um zu sterben. Es gibt einige, die glauben, dass nichts mehr wichtig ist als die Überleben. Aber die Prioritäten verändern. Die Leben beginnt zu verlieren, wenn du weg bist. Manchmal ist es die einzige Möglichkeit, um zu verabschieden für die Menschen in der Leben zu sterben, ist zu sterben. Ich verstehe mich nicht wirklich. Und du solltest. Du solltest eher auf das, was du hast. Wie mache ich das? Das ist für dich, um herauszufinden. Der größte Geist war, um dich zu finden, in der Leben zu finden. Darüber bin ich sicher. Okay, ich finde ein Weg. Das bringt Geist, wenn ich. Wir haben heute Fragen, nicht wahr? Aber du weißt echt alles. Kann das sein? Es ist nichts für Reza Maxia. Es wird sicher, dass seine Heilung diese Welt einheitern. Das soll dir sagen, was du wissen willst. Danke für deine Zeit. Was ist das? Es ist nichts. Sollen wir weiter gehen? Klar! Ich freue mich schon, um sie wieder zu sehen. Ja. 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 Das hat sie mal zu Wirke Eingang. Ja. 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 Also viel zum Umgangston. Wenn wir jetzt Mila am Anfang genommen hätten, dann hätten wir das jetzt alles gar nicht gesehen, oder? Warum muss eine andere Seite aufhören, um das andere zu tun? Das ist nicht gut mit mir. Das wäre nicht gut mit ihr. Sie würde das Schismen zerstören und schützen alle. Das ist das, was ich möchte machen. Ich bin froh, dass ich solche Worte von dir hörst. Du hast versucht, sie zu retten, was sie für dich getan hat? Ja. Gaius. Du hast sehr stark. Jude, mit mir und... Gaius. Wir haben bereits erreicht. Das Schismen zerstört. Das Schismen zerstört. Das Schismen zerstört. Merkwürdig. Schätz mal, wir sind gleich bei der Lanze. Ach, da ist er schon. Da ist das Gerät, um was sich das ganze Spiel schon dreht. Oh mein Gott, der Plot. Ja, aber was jetzt hier passiert, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss.